ja herzlich willkommen zu der auflösung von meiner verlosung also 15 leute haben sich bei der verlosung mit eingetragen ja die jetzt sich für die spiele registriert haben sag ich mal also die jetzt eine liste gemacht haben einige wollte immer nur ein spiel haben da sind ja neun spiele an der zahl und ich habe jetzt mal diese 15 personen hier reingeschrieben in dem random name picker und wettern mit picke random nehmen denjenigen dann raussuchen also wie gesagt drückt das der neuen mal so dass ich den neuen gewinner habe und dann weiß ich jedem denn das spiel zu ja also mitgemacht haben zum beispiel der pixel hecht der antwer die darlin der marcy der hd franken stefan m jürgens blog blog mom john mom john ohne neun mick schnee 83 gronzer aaron punkat klärmen tampi games miguel und feeling mc ja also ich habe noch mal alles durchgeguckt und also es waren wirklich nur diese 15 leute die jetzt mitgemacht haben ja dann würde ich sagen drücke ich mal auf den random name picker und dann mal gucken wer das erste spiel gewonnen hat also und trommelwirbel drei zwei eins go aaron k so aaron k gucken wir mal kurz in die liste rein aaron k hat jetzt gewonnen mafia 2 also mafia 2 ist dann schon mal raus das geht dann an den aaron also mafia 2 ist raus so dann weiter der nächste 32 also ich nehme den den aaron gleich mal raus nicht dass er hier noch mal gezogen wird so 321 und gronzer herzlichen glückwunsch gronzer ich gucke mal kurz in die liste du hattest railroad tycoon railroad tycoon ist dann nämlich auch weg also hier und drei ist auch weg so manchmal gleichen xx dahinter so mafia 2 ist auch raus so gut so dann drücken wir auf den nächsten so gronzer es mal rausnehmen so dann der nächste 321 und pixel hecht pixel hecht mafia 2 ist leider schon weg also kriegst du jetzt backops herzlichen glückwunsch und viel spaß mit spec ops so spec ops ist auch raus so pixel hecht nehmen wir auch raus gut so denn 321 und hardy franken hardy franken du hattest ja geschrieben du würdest alles nehmen würde ich jetzt sagen ein spiel ist nämlich noch offen für dass sich keiner qualifiziert hat würde ich dir freedom force versus the third reich geben also wenn wenn das für dich okay ist weil du hattest ja gesagt du würdest alles nehmen gut so dann gucken wir mal der nächste so hardy franken erstmal raus denn erstmal viel spaß mit freedom force versus the third reich so dann der nächste 321 darlin herzlichen glückwunsch darlin darlin hat sich auch se büro als zweites gewünscht mafia 2 ist leider schon raus herzlichen glückwunsch mit se büro so büro ist auch raus so dann sind jetzt noch vier spiele offen wird jetzt wieder spannend welche spiele übrig bleiben weil sich viele halt sag ich mal ja die gleichen spiele gewünscht haben okay 321 und der nächste gewinner ist mick schnee mick schnee wollte railroad tycoon ja das tut mir jetzt natürlich leid weil railroad tycoon ist leider schon weg aber ich hätte noch freedom force den normalen titel den würde ich dir sonst geben so dann machen wir mal hier genau das sortiere ich dann nachher aus genau alles klar so mick schnee viel spaß mit freedom force dem hauptspiel gut so dann der nächste 321 und miguel ja miguel 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 wo bist du hier miguel habe ich dich denn hier mafia 2 oder sie büro sind natürlich beide titel jetzt schon weg tja würde ich dir auf jeden fall ein spiel geben bloß ich weiß jetzt auch nicht genau also es ist jetzt noch offen du knuck im forever civilization 5 und zu darkness 2 ja welches gebe ich dir jetzt jetzt haben wir nämlich diese situation welches würde er denn jetzt nehmen ja gute frage ich würde auf jeden fall eins von diesen drei geben da du jetzt nur zwei titel genannt hast ja entweder weiß ich dir jetzt selber ein zu ja machen wir das am besten denn weiß ich dir zu wer hatte denn jetzt hier alles schon gewonnen mal gucken ich komme noch mal mit ihren kontakt und dann gucken wir alles klar so dann der nächste miguel erst mal raus du gehörst auf jeden fall zu den gewinnen musste dann bloß ein spiel dann aussuchen ok dann 3 2 1 und stefan m stefan m wollte civilization 5 alles klar civilization 5 bekommst du wie gesagt der miguel wäre jetzt egal welches spiel er kriegt sozusagen bloß ich will jetzt halt den anderen das nicht wegnehmen und da jetzt nur halt mafia 2 ähm und sie büro eingetragen hat würde ich ihm denn das geben was denn übrig bleibt na so stefan m dann auch erstmal raus so ok dann 3 2 1 und mom john mom john hat sich duke nukem gewünscht ja das passt doch so duke nukem ist denn damit auch raus und dann würde ich dem miguel würde ich jetzt einfach so darkness 2 geben weil das jetzt quasi ja die neuen gewinner sind jetzt gezogen und ähm ja dann würde ich würde ich dem miguel das spiel dann geben wie gesagt 15 leute einmal mitgemacht ihr seht ja jetzt gerade hier mom john ist dann raus dann sind noch sechs übrig das passt genau gut miguel dann kriegst du so darkness 2 alles klar gut ja dann erstmal vielen danke vielen dank fürs mitmachen und dann ähm ja hören wir uns beim nächsten video beim nächsten spiel wie gesagt die woche geht jetzt noch fishing planet los ja der große neue see kommt äh alaska und da bin ich auch schon ganz heiß drauf äh da werde ich dann auch wieder ein bisschen twitchen auf jeden fall so für den anfang und dann später auch videos machen alles klar dann erstmal vielen dank fürs einschalten vielen dank für die ganzen leute die mitgemacht haben auch vielen dank an die ganzen leute die die netten kommentare geschrieben haben waren wirklich echt sag ich mal schon berührende kommentare dabei gewesen ähm was ich sehr sehr nett von euch fand also wirklich super gut ja und dann geht's weiter alles klar tschüss bis zum nächsten mal tschüss tschüss